Hallo, ich bin mit Vincent. Willkommen zu einer neuen Folge Treasure Wars mit Puppet-Loll und Eli. Okay, grüßt euch meine Gutes. Und dann sehen wir uns in einer Runde. Das ist so ungefähr das gleiche wie Fred, nur? Ja, noch? Ja, so gleich. Da sind wir auch in einer Runde. Puppet-Loll, weiß nicht mehr, wie das geht. Geil. Zwei Gold geben. Ich bin noch nie auf den Server gespielt. Nee, noch nie davor. Also der mit der relativ hohen Stimme ist Eli und der mit der tieferen ist Puppet-Loll. Ich kann den Namen wirklich nicht. Wie alt seid ihr überhaupt? Ähm. Ich auch. Wir rushen nicht, wir wollen eher eine lange Runde. Puppet-Loll. Bitte aufpassen. Ich mag das. Der kommt hier nicht durch. Alter. Ja, ich hab einen. Alter. Geht weg. Ich hab schon einen. Wir brauchen zwei Emeralds. Das reicht dann erstmal. Kommt ein grüner. Kommt ein grüner an. Der grüner legt und fällt runter. Nein, ich hab, ich hab Gabe, ähm, ihr Bett so ähnlich so abgebaut. Ich hab zwei Emeralds. Ich hab zwei Emeralds. Geil. Der kann Gabe nicht so lange überleben. Was macht der Typ da, ey? Da. Ich. Jetzt nervt die Starte auch nicht. Gelb. Was? Ja. Gelb ist bald raus. Ich hab schnell jetzt. Wir könnten grün rachen. Wir könnten, ähm, grün rachen. Gehen rüber. Gehen rüber. Ja. Jetzt bellen kannst du. Was? So. Alter, ich bin auch ein dicker Demerler. Ach, warum, warum kann ich heute nicht spielen? Was ist denn heute los mit mir? Ich kann spielen. Ich hab' auch. Ich normalerweise auch. Ich spiel' nicht auf dem Tablet. Ich spiel' immer auf meinem PC. Oh, da ist ein grüner, da ist ein blauer, der greift ganz so ein grüner. Äh, der, der, der eine blaue ist, ist ein roter, nämlich ich, und ich hab's geschafft. Ach so, Leute, dann greife ich blau an. Ich mach' mir ein Bruder. Manch wird gekillt. Weg, ey. Das ist ein grüner, aber auch. Loll. Pass auf, dass er nicht ins Bett kommt. Ich mach' mir ein Schwert. Und er hat durchs Mord begangen. Er hat ein Schwert, ich kann ihn können. Ich kann ihn können. Ja, ich hab' doch die Emeralds drin. Ist er weg? Ja, ist er. Ich hab' ihn getötet. Warum? Ich hab' mich schon mal drüber gebaut. Wir müssen nur das Eck ab. Es ist jetzt um die, zum Kehlen. Nein! Ich löscht, ich löscht grün aus, okay? Ist er easy. Ach man, ich bin so dumm. Ein Grünchen. Nicht zu viel, ich mache das einfach an. Ich geh' mal zu den Grünen, die haben jetzt wahrscheinlich Wolke gesorfen. Nee, grünchen ist eh schon raus. Das ist ja auch los, oder? Nee, da kommt halt doch keiner raus raus. Schade. LOL! Da hat jemand, glaub ich, nen Hecklein. Da hat jemand vom Blau, glaub ich, nen Hecklein. Dieser Kaleb Fallwelle. Ja, ja, ja. Blau X-Ray reinmachen, aber den X-Ray nicht so gut. Oh, oh, ich hab' vierzehn Diamanten. Zu gelben überbauen, bisschen farmen. Wir sind grad auch irgendwie so das beste Team. Ich hab' den Blau gekillt. Alter, eh, Schicks. Joil. Ganzhaft, lol. Da ist jemand einfach mit Full Cutter. So, Joil. Ja, ich, weil, ich wurde, ich wurde grad rausgekickt. Also, die Aufnahme hat sich mal aufgenommen, aber ich hab' grad einfach einen mit Full Kette nur mit nem Fleisch weggekillt. So, das ist deine Base. Hat mega viel kippt. Ich hab' gebraucht, als ich sah. Ja, lol, ich hab'n gekillt. Es gibt noch einen gelben. Lol. Einer, einer war an seiner Zähne. Kommt gleich, ich kann ihn helfen. Nee, ich hab'n gekillt, ich hab'n gekillt. Das ist gut. Arme. So, ich hab' nicht Full Kette. Eisenswerten Bogen. Ja, wir haben das. Wir haben schon 25 Dias. Irgendwie. Ja. Ja. Ja, hol dir ne Rüstung. Hol dir ne Dia Rüstung. Hol dir ne Dia Rüstung dafür. Für 25 Dias kann man nicht, glaub ich, gar keinen machen. 6? Nee, für 16 Emirates kann man nicht machen. 6? Ich hab' noch mal, ich hab' noch mal 13. Ich hab' noch mal 13. Oh ne. Was ist denn heute mit mir los? Ich bin schon wieder runtergefallen. Wo ist der Gelbe hin? Wo ist der Gelbe hin? Ernsthaft, wo ist der Gelbe hin? Ich hab' jetzt die Wind-Taktik. Win-Win-Taktik. Win-Win-Taktik. Ich hab' die OP-Taktik. Ich geh' einfach in die Mitte, wo mir ganz gut Zeug ist. Und im Endeffekt geh' aber in die... Und tu' halt einfach alles in unsere Kissen rein. Oh. Oh. Oh, das ist ein bisschen krissen. Das ist... Ich glaub' wir haben gleich... Ich glaub' wir haben gleich 8 Mal Raktik. Weil ich bin überall 2. Aber wo ist der Letzte hin? Geht einfach... Sie... Geht einfach auf... Ähm... Den Gelben. Den hat sie eh schon gewonnen. Ja, wo ist der? Der versteckt sich. Der tut selbst... Der tut selbst irgendwo kämpfen und hat irgendwo ein Hecklein drüber oder so. Oder er baut... Oder er baut... Oder er baut... Oder er baut sie raus. Und er baut die Gelder auch. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist, hier ist er. Wo? Der ist in der Mitte. Der hat eine volle... Ja. Der hat eine volle Diarhusbung. Okay, ich glaub' ich kann ihn wegklatschen, wenn er scheiße ist. Was? Dann... Dann... Dann macht sie am Boden nachher, ähm... Schießt ihn einfach ab. Ich seh' ihn! Der ist bei sich in der Gelb... Der ist bei Gelb in der Base. Der kämpft um. Der hat schon die ganze Teile. Ich kauf mir jetzt einfach Zeug. Nein! Ich bin runtergefallen! Hehehe! Dann... Dann hol ich ihn jetzt. Will ich jetzt? Ja! Genau! Ja, wir haben wollen. Ich würd sagen, das war... Das war's mit dem Video. Und tschüss! Ich认te... Du bist.